Ideen sind den Werten gleich. Die Jugend und die Frauen haben keine. Mein Bart! Haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, was es denn so mit diesen Ideen und Werten auf sich hat? Zum solche und andere Geschichten rund um Bildung und Migration im historischen Basel zu hören, kommen Sie doch zur nächsten Ausgabe von unserem neuesten Rundgang Wissensdurst und Reisenlust, ein Rundgang zu Bildung und Migration im historischen Basel. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.